guten tag hier spricht euer peter ging ich bin's wer noch am merkst du die kassam das verändert hat sich in den drei teams ein bisschen verändert aber es wäre heftig wenn es wirklich so wäre das wäre heftig finde ich wenn es wirklich so wäre alle lassen sie sich hören und veränden muss man schon sagen das ist auch schon nett wer heftig wenn es so wäre dann das so wäre aber wir werden erleben leute wir werden erleben so jetzt müssen wir aber nur noch die Schatzbiene rein nur noch den Schatz gibt es reagiert irgendwie auf meinen Stab als wären sie füreinander geschaffen und wenn wir weg zu fest gehen aber uns fehlt ein Schatz leute wir müssen noch ein Schatz hier haben das ist jetzt die Suche im Heuhausen aber ich glaube ich glaube ich weiß wo die ich glaube der Schatz war irgendwo hier glaube ich Okay, müssen wir ihn mal erledigen, leider. Okay, wo ist der letzte Schatz, leider? Wo hat Hema den Anhalen? Wo ist der Schatz hin? Oh Mann. Das ist halt immer die Suche rein, wenn wir jetzt alles gefunden haben und dann mit dem Letzten ist die Lunge. Oh Mann, die Suche, jetzt die Suche. Jetzt die Sucherei, Leute. Oh Mann, die Suche, jetzt die Suche, jetzt die Suche, jetzt die Suche. Wo war der Schatz noch? Wo ist das denn? Also die Suche, jetzt die Suche. Und die Suche... Die Suche... Ja, da war er doch. Ich habe mich nicht mehr. Ich bin ein paar Holste, aber... Ich habe der Schatz in die Suche, jetzt die Suche. Ich habe hier der Schatz in die Suche... Wir brauchen das. Ich habe diese Suche, jetzt die... Okay, man... Da ist da... Da ist da oben... Oh, Leute, da ist unser letzter Schatz, Leute. Alter Schwede. Puh, alter Schwede. Unser Schatz, Leute, wir haben... So, Leute, und jetzt haben wir hier schon vieles gepackt, Leute. Veränderungen... Ah, ich bin mal gespannt. Aber ich denke, zum Schmied gehen wir noch nicht, Leute, zum Schmied. Denke ich noch nicht, dass wir zum Schmied gehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch diese noch fertig. Ob wir denn jetzt noch fertig kriegen, bezweifle ich. Wir können aber schon mal ein bisschen mal gucken. ... ... ... ... ... Vieles sind es glaube ich nicht, Leute. Gehen wir runter, dann speichern wir und dann geht es los, Leute. Gehen wir ein Befehlfahrt. Okay, dann verließe ich mich mal. So, den Schatz holen wir uns jetzt. Aber wie viele Fassen es hier im Spiel gibt, die wir uns holen können, Leute. Das ist abnormal, wie viele Waffen. Alter, 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 alter. Was geht denn hier? Bleibt doch nur ruhig, Leute. Alter, die ist heute nicht. Alter, die ist heute nicht so gut. Alter, Schwede. Was war das gerade, Leute? Alter, boah. Alter Schwede. Alter Schwede. Wie sind die denn abgange jetzt? Alter Schwede. Wie sind die jetzt abgange, Leute? Alter Schwede. Wie die abgange sind jetzt? Heftig, oder, Leute? Schon ziemlich heftig. Aber zum Glück hat man ja rechtzeitig noch geschafft rauszukommen. Boah. Sonst hätte man ja, wer hier richtig oben ist. Oh Mann. Aber jetzt wissen wir natürlich. Jetzt wissen wir natürlich, Vorsicht, wir müssen aufbrochen. Wir warten erst noch, bis er weg ist, Leute. Ich hab doch was gehört. Das war wohl doch nichts. Was wärst du bereuen? Mal gucken, wenn wir auf Friesen wieder nahekommen. Okay, der Koloss kommt hier nicht rein, okay. Der Koloss ist mal hier nicht drin. Wir kämpfen jetzt gegen beide, oder? Wir kämpfen jetzt gegen beide, oder? Wir kämpfen jetzt gegen beide, oder? Was ist das? Oh ne, der Koloss wieder da alt. Boah. Alter, der... Die Kolosse sind ja... Alter, sind die heftig, die Kolosse, Leute. Alter, Schwede. Alter, sind die Kolosse heftig, ehrlich gesagt. Alter, wie heftig müssen die Kolosse echt fallen. Alter, die Kolosse sind ja... Okay, wir müssen uns hoffen, dass der Kolosse mehr kriegen. Der Kolosse ist unten. Okay, Kolosse. Alter. Alter, da... Alter, der Kolosse. Alter, so weh, wir sind die Kampfer. Was er? Was er? Was er möchte? Was er ist, was er? Was er ist, was er ist, was er? Was er ist? Was er nicht? der koloss sucht uns immer noch aber wir hauen jetzt ab leute koloss ist er kann jetzt mal ruhig sein geschäft dahinten machen wir haben es gewonnen leute so leute es war schon kein einfacher gegner das muss man sagen jetzt schnaufen wir uns erstmal ein bisschen durch leute würde ich sagen schnaufen wir erstmal kurz durch gucken was wir für eine neue sache bekommen haben ok leute aus dem wurde wahrscheinlich ist in der baut wahrscheinlich wissen aus dem material könnte man sich denken vielleicht aber sperren extrem viel aber ich finde sperren sind sie nicht so meint er muss ich ehrlich sagen zu sparen sind mit meinten muss ich ehrlich gesagt sagen so leute es fehlt uns nur noch zwei sachen zwei sachen fehlen uns jetzt nur noch noch zwei fehlen der koloss kann uns jetzt erst mal ein bisschen kreuzweisen muss ich ehrlich sagen jetzt wegen der waffe kümmert mache zählen der arm und die hüfte fehlen uns jetzt nur noch aber leute ich würde echt sagen wir gehen jetzt noch schön auf den schönen aussichtspunkt in die sache leute und dann machen wir für heute wieder feier ab werden jetzt ein paar viele sachen geschafft noch nicht alles was wir schaffen wollen wir sind noch immer nur noch wissen da zwei aber wissen drei werden wir bald bekommen und somit verändern wir uns immer mehr die weiße kassaden oder leute aber das werden wir erst beim nächsten mal sehen somit sagt euer peter gaming tschüss bis dann und pg bis demnächst